So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Enderal. Äh, wir haben ja letztes Mal hier aufgehört. Aua! Wir sind in der Stufe aufgestiegen, natürlich. Ähm, was brauchen wir denn? Lebensenergie oder Mana? Ich würde sagen, wir brauchen Mana. So. Mana ist immer das Problem. Aber... Alle ist in Ordnung. Diese Runenschwerter, ne? Haben sie ja ganz schön viel dabei. Und ich kann ja auch das Ektop... Silberschwer... Ektoplasma kann ich... Oh, ein mächtiger Seelenstein. Auge des Norden. Cool. Nehmen wir mal mit. Ein Grosia, ein Grosia... Kann man auch gerne mal gebrauchen. Uaaah! Hallo? So. Äh, wo muss ich eigentlich... Oder wo kann ich eigentlich noch hin? Wo ich nicht war. Sachen? Untertitelung des ZDF, 2020 Kommt jemand von der Seite, der mir nicht gefällt Ist nicht cool Speichern Also die Kerker hier mag ich Die Kerker hier mag ich überhaupt nicht Muss ich mal ehrlich sagen Oh Wir kommen hier Arcanes Fieber Wir kommen hier Wir kommen hier Jo Ist immer schön, dass man die Umhaut, bevor die einen überhaupt Erreichten Verlorener Knochen Nein, ich wollte den Den verlo... Okay Wer bohren der Nebel wacht Cool Hier waren wir doch schon Ja gut, gut, ähm... Warte mal, wenn wir hier schon waren Warte mal, wenn wir hier schon waren Ich muss jetzt halt nur irgendwie hier rauskommen Aber... Ich wollte mal gucken, was ich da an diesem... Unde... Undolch des Hinterhalts Erhöht die Trefferchance um 5% Augen des Nordens Schleichen ist 8% Schleichen ist 8% effektiver Habe ich jetzt ein Mantel an... Oh, wie geil Hey, warte mal, wenn ich... Der gibt mir keine Rüstung, aber der gibt mir mehr Gewicht Und der gibt mir Ausdauer um 10 Punkte Ja Hey, wieso nicht? 10 Punkte mehr Ausdauer sind... 10 Punkte mehr Ausdauer So Komme ich jetzt nach oben Und bei dem großen Saal komme ich nach oben Oder... Ja Habe ich die alle doch schon... Silberschwert Ah Inderaler Groschen Was die die ganzen Silberschwerter nicht mitgenommen haben Ich hoffe mal, die bringen einiges Mal gucken Ab in den Flüsterwald Amgegen erhöhen sich Maler und Ausdauer langsam Von sicher Aber sicher von selber Kampf allerdings lohnt es sich Dies mit Tränken zu beschleunigen So Wow Niemals 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 gegen diese scheiß Teile da renn Äh... L Wo ist denn hier der Myradenturm Direkt daneben? Ah... Hallo? Hallo? Myradenturm Ist das hier der Myradenturm? Ist das hier der Myradenturm? Hier ist aber doch überhaupt keiner Ja... Wo ist denn hier der Myradenturm? Wo ist denn hier der Myradenturm? Pass auf Ihr habt doch bestimmt noch eine Teleportrolle Dabei nach Ark Äh... Teleportrolle nach Ark Nehmen wir doch die Ich habe jetzt keinen Bock zu laufen So geht alles schneller Würde ich einfach mal sagen Hoffe ich doch einfach mal Warte wo ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt Ein Wunder ist geschehen Ein Wunder das um sein Ab In Den Sonnentempel Hm So So Ich möchte in die Rüstungskammer und mein Zeug verkaufen Ach Natürlich Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen Ganz gleich wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid Tut mir leid Undolch des Hinterhaltes bringt so gut wie gar nichts hier Ah bei der Ruhnen Streitkolben und der Ruhnen Kickshammer Der Edelbogen Pferd Zerstahlpfeil Alter Ruhnenpfeil Galfeil So Ah Vergebunden Stiefel Augen des Nordens Preise werden um 5% besser Hm Hätte ich jetzt natürlich anziehen sollen Hm Kann ich doch einfach mal ausprobieren Schreitet wohl Die einen haben jetzt 191 gekostet Äh Zack Natürlich Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen Ganz gleich wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid Tut mir leid 200 Das bringt tatsächlich was Ähm Wo sind denn die Gifte Gift verlangsamen Feuergift Ranzig Frostschutz Charisma Frostschutz Gift Gift des Leidens So Magie Gift Unsichtbarkeitstrank Verzauberungstrank Hmhm Was hab ich denn hier noch so schönes Werkenpelz Waren Einzelteile 149 Einzelteile Hab ich Komm da kann ich 67 von verkaufen So viel brauch ich davon nicht Lederstreifen Monderz Starkes Leder Ja komm Was hast du denn noch Anzubieten So zufällig Ähm Kann ich hier nichts von gebrauchen Obwohl Ähm Festlederhelm Mh 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 Ähm Nein unf das 12 ad Breat 19 19 19 19